Neuer Handelstag und auch heute hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch am heutigen Donnerstag eine aktuelle Trading Chance. Wir sind zurück im Bereich der Indizes und werden uns dem S&P 500 widmen, einem Trade mit 83% Trefferquote. Aber bevor wir das tun, natürlich wie üblich der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute gelten. Ja, Trade mit 83% Trefferquote, das klingt immer gut und ist hier für den S&P auf der Long-Seite angesagt. Wir sehen gerade ab der zweiten Monatshälfte im Oktober generell eine gute Zeit, das ist die Anfangszeit, in der man gut beraten ist, wenn man in Aktien oder in Aktienindizes investiert ist. Das ist die beste Zeit des Jahres, das ist der beste Jahresabschnitt von Oktober bis einschließlich April. Und innerhalb dieses relativ langen Zeitraums gibt es Zeiten, in denen es nochmal eine Häufung gibt von starken Phasen. Und da ist die Phase Ende Oktober, Anfang November ist so eine Phase, die eben da nochmal besondere Relevanz hat, eine besondere Signifikanz hat. Und genau die wird mit diesem saisonalen Setup gehandelt. Der Monatswechsel von Oktober auf November ist naturgemäß von Stärke geprägt, in eben 83% der Fälle. Auch hier bedeutet das wieder, wir haben zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, ganz klar, aber das bedeutet halt auch, dass in zwei von zehn Fällen es nicht hinhaut, sondern dann halt fehlschlägt. Auch hier gilt es also deshalb, das nicht einmal zu machen und es dann vielleicht nochmal zu machen, wenn es geklappt hat, aber aufzuhören, wenn es nicht geklappt hat, sondern es gilt, sich solche Zeitfenster grundsätzlich erstens mal mit dem vollen System dahinter einzuverleiben und auch zu nutzen, regelmäßig zu nutzen und über das Gesetz der großen Zahlen dann auch einen solchen statistischen Vorteil auszuspielen, weil es natürlich immer einem Münzwurf gleicht, ob jetzt das einzelne Event erfolgreich für mich läuft oder nicht. Aber es ist kein Münzwurf mehr, wenn ich begriffen habe, dass ich es häufig wiederholen muss und sollte und je mehr Wiederholungen ich habe, je öfter ich einen statistischen Vorteil ausgespielt habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich den Erwartungswert zumindest näherungsweise treffe und der ist hier natürlich sehr, sehr positiv, wie man auch an der Auszahlungsquote sieht. Das bezieht sich jetzt hier auf den Future, 1236 Dollar durchschnittlicher Gewinn, das ist schon eine Menge. Wenn man sich bewusst macht, dass ein Punkt 50 Dollar entspricht, dann kann man sich ausrechnen, dass wir hier schon so bei ungefähr 24, 25 Dollar Punkten durchschnittlicher Zugewinn sind und das würde jetzt, also für so einen kurzen Zeitraum vor allem, das würde jetzt hier auch knapp ein halbes Prozent bedeuten in diesem Zeitfenster, was nicht allzu lange ist. Das ist schon ganz ordentlich als durchschnittlicher Gewinn, weil das bedeutet ja auch, dass dort einzelne Ausreißer sind, im positiven Sinne, die viel, viel mehr machen. Von daher, das ist das Setup, auch für den FDAX bzw. den DAX werden wir jetzt in diesem Zeitfenster Trades bekommen. Also der November wird da ein ganz spannender Monat und es geht eben los mit diesem Setup zum Monatswechsel Oktober auf November. Wie setze ich das Ganze um? Ich handele folgendes Produkt. Ich handele einen S&P Long, einen Open-End-Turbo-Optionsschein von Wontobel. Der Hebel liegt bei 8,2 ungefähr. Die WKN lautet VQ 6A44. VQ 6A44. Ich steige Market ein um 8 Uhr. Stop-Loss liegt bei einem Euro und der Exit ist zeitbasiert. Das genaue Regelwerk kann ich hier in diesem Rahmen nicht offenlegen, weil das Bestandteil der Ausbildung ist. Bei den Short-Term-Seasonals, wer da an einem Seminar teilgenommen hat oder noch künftig teilnimmt, der kennt diese Strategie und weiß, wie da die genauen Ein- und Ausstiegsmodi sind. Die kann ich hier jetzt nicht natürlich offenlegen, aber es hilft trotzdem auch schon mal, wenn man weiß, Monatswechsel Oktober auf November ist gut. So die erste Woche, Roundabout, ist häufig von Stärke geprägt. Das bedeutet nicht, dass es danach Schwäche gibt. Das bedeutet nur, in der ersten Woche haben wir eine hohe Regelmäßigkeit oder eine noch höhere Regelmäßigkeit. Auch die restliche Zeit im November ist naturgemäß sehr stark. Deshalb ist das auch ein Trade, den man durchaus noch länger halten könnte. Wenn man jetzt sagt, man möchte Positionen aufbauen und auch über den gesamten Winter möglicherweise mit Long-Positionen engagiert sein im Markt, das wäre durchaus auch möglich. Hier geht es aber erstmal nur darum, um diesen Monatswechsel-Effekt von Oktober auf November. Da haben wir eben eine große Signifikanz. Was dann danach kommt, ist hiervon unberührt. Das schließt das weder aus, noch inkludiert ist das, sondern es geht jetzt hier erstmal um diese kurzfristige Szenerie. Das war es für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut. Ciao.